So, wie geht es ... ... also umfohlen, da war wirklich nicht ... Nein, ich habe nur geschleidert letztendlich ... nur an den Sporn auf dem Team, also ... Kommen wir! Huuuuh! Er frisst mir ... ihm ... Oh, einer! Ja, super. Der Arme spiele ich auch noch. Ich bin ummächtig. Toll. Der Oberhunter. Tut mir leid, ich stehe da. Ist so geil. Das hab ich ja noch nicht gesehen. Ich hab geknippelt. Ich geh jetzt zum Ratterlos allein. Jetzt hab sie's. Ja, darf ich dich da weg? Jetzt hör ihn, ey. Oh, ich hupfen wollte ich nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, ich komm auf und werd schon aufgetrennt, Alter. Ich bin aus der Puste. Das schaut schön aus, das Platz. Ausdauer. Okay, Insekt. Okay. Wo seid's denn hier? Ah, da ist der Dings der Ratatouille. Die Vivian. So. Awe. Awe. Blumenbeet. Habt's nen bald? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jetzt ist der Krayon allmächtig, Alter. Was ist denn jetzt los? Jetzt kommst du. So. 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 Ich geh gleich unten mein Waffen wetzen, Alter. Wenn man mit der Weilen runter. Ja, genau. Dann müsste er noch wetzen. Irgendwie, oh, oh. Er kommt ohne. Ja, so ist wohl nicht der Plan, ne? Nein. Eigentlich nicht. Alle drei zusammen, ne? Ich bin schon da. Oh, gib weg. Ey da. Aber einmal kann man ja noch sterben oder so, ne? Ja, jetzt bin ich dran, oder wie? Ja. Weil sonst wer da nicht... Oh, warte mal, warte mal. Vielleicht die... Die gekämpfte gegen die Dings und Vivian. Andern. Ein Radalot, ob ich der heißt. Ja, ich geh da drinnen. Gekämpfte gegen die jetzt? Dings doch. Was tut denn? Schreiter. Hilft dir keiner. Hoppala. Ja, ey, ey. Jetzt sag ich mal auf. Gleich in Ruhe. Jetzt ist er auch nicht. So. Ich muss was trinken. Das hat sich vorausgesörteln, ne? Ich hab mir ganz klein wieder. Ich hab mir ganz klein wieder. Ich seh' nichts mehr zu viel Monster im Gesicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Okay. Okay. Jetzt muss ich weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich hab's schon gesagt. Ich muss weg. Ich muss was trinken. Ja, ich komm nicht weg. Haben wir's geschafft. Echt? Ja. Ich bin hin. Super. Ich hab's nicht geschafft. Na scheiße. Alter. Ohi, ohi. Ja. Ja. Zwei Schuppen. Ja. Ich bin nicht zum Traum gekommen. Ich hab' gedacht, einmal sterben haben wir noch. Nein. Eieieie. Ich bin nicht dazu gekommen, dass ich den Traum krieg. Scheiße. Ja, kann man nichts machen. Hä? Kann man nichts machen. Was soll's denn? Ja, oft geht's nicht. Oh ja. Mein Gott. Auch wenn ich mit ein paar Ressourcen sage, hab ich wieder abgeschlossen. Ja klar. Ja. Für Honig. Mh. Wir haben jetzt mit seinen Noobs immer zusammenspülen müssen. Das ist ein kleiner. Ja. Sag dir, was als erster gestorben ist. Geil, Alter. Ja, sonst kannst du da gehen. So. Ja. Aber einmal hat man halt ein Böch hier. Ich geh mal hier zurück. Ja, was brauchst du? Ein Knochen oder was brauchst du? Schuppen? Perls? Den Reißzaun. So. Kannst du ihn dann schicken? Ich weiß es nicht. Das wär am einfachsten. Ich brauch zwei Stücke davon. Ja. Und die Rufungen hab ich jetzt ganz schlimm. Das war... Muss man's fangen? Ja. Ja. Das ist geil, ne? Flugwibern fangen. Ja, das hab ich auch. Vogelwibern fangen. Flugwibern fangen. Flugwibern fangen. Flugwibern a jagen. Kampfwibern fangen. Ich hoffe nicht. Ich weiß halt einmal welche das sind, oder? Das ist die, was da auch rumfliegt oben. Und die noch. Was jetzt war. Ja. Die Wibern. Ja, aber es gibt da drei verschiedene. Ja, das ist nur das eine. Das ist nur das eine. Das geht nur um das eine. A jagen oder fangen oder wie willst du das machen, ne? Ja. Und du musst es zweimal machen. Zum Beispiel, ne? Bei einem A jagen. Ja, nein. Bei mir steht da Kampfwibern. Dann gibt es die Flugwibern. Achso, ja. Okay. Ja, es gibt drei verschiedene. Okay, auf das hab ich gut geschaut gehabt. Okay. Ja, probieren wir's halt nochmal mit der anderen. Ja. Dann haben wir's am Schälen. So. Gehen wir kurz zur Truhe. Was machst du die Gruppen auf, als du früher fertig bist? Ja, warte mal. Ich muss das überhaupt einmal. Ich muss da unten einrammen. Da alles. Die Bomben, die hab ich nicht genutzt können. So. Kacke muss hier rein tun. Götterkäfer. Haha, ja. Fang ich an, ja. Das wär doch einmal super. Ja. So, warte. Ich mach das gleich auch. Gegertrank. Machen wir noch. Muss ich mal schauen, was ich zum Herstellen hab. Gegengift. Kräutermedizin. Nährstoffe. Ja, dann machen wir wieder auf 10. Mega Nährstoffe. Schleuniger. Kennt ihr niemand, ne? Mach mal gleich. Mega. Ne? Ja. Beschleuniger Energy Drink. Was kann denn da? Ausdauer stärkt. Gegen Müdigkeit. Ich brauche was gegen die Betäubtheit, wenn der sich rumschreit. Natürliche Heilkräfte. Dämonenmittel. So, ich hab das einmal ausgeschrieben. Schau mal. Dämonenkraft. Matschsamen. Schleuniger. Sprintextrack. Teleporter gibt's auch anscheinend. Wasbombe. Rauchbombe. Rauchbombe. Giftrauchbombe. Ja, wo ist denn das da? Da gibt's irgendwas. Zum einen. Entschlafen. Irgendwas zum Fangen, ne? Schau, der Sujin. Bin ich auch schon beitreten. Der Fuji. Da muss ich mich behalten, ne? Bevor die Lobby voll ist noch. Ja. Wo ist denn das? Da. Du bist schon ein Orger, gell? Warum? Ja, weißt du, was du ausgefällt hast? Ja, jage Anja, Leute. Und? Unter anderem. Und ein Tobi. Ja und, da steht U-A. Was heißt U-A? Ja, bei mir steht nämlich ein Anja und ein Tobi. Achso, ich beide? Ja. Ja, das ist auch egal. Scheiße. Ich kann's gleich schicken, ein Notsignal. Oh, wei. Ich denke mir noch um das Bild von ihm dabei ist, aber steht das nur bei mir an. Ich jage Anja nicht U.A. Was heißt U.A? Und anderen. Ja. Oh, wei. Ja. Ich hab' nicht das Bild gesehen und den Silberfisch da. Aber jetzt ist es vorbei. Ja gut, vielleicht keiner ist die anderen. Ja, ich weiß, was das ist. Schick mir den mal vor. Ja. Reingetreten. Das ist ja gleich dazu eintreten da bei uns. Ja, sonst käme ich auch bei euch. Ja. Muss halt ein Notsignal. Das ist Notsignal, also nicht. Kann man was trinken? Ja, besser Teufel. Ja, da. Ja, da. Voll vor's trip. Das Flaschernappen. Vor allem, wir haben da ein Zeitlimit von 50 Minuten. Das ist nicht schön. Ja. Ich geh mal is. Ja. Mal ein Brettchen außen reinziehen. Wo ist denn das? Hallo? Da hinten. Mit Geld bezahlen. Nein. Chefkoch. Gibt es was anderes? Besseres? Nein. Gesundheit. Nein, es ist nur Chefkoch. Besser. Riecht gut. Schmeckt gut. Jetzt, da geht's los. Jetzt wird's interessant. Jetzt geh zur Truhe. Tuck ich mich. Ja. Da muss ich was ausnehmen wollen. Da ist ein Heiltrank. Ja, aber der Sui-Chin, Alter. Oder Sui-Chin. Sui-Chin. Der Land, der hat ja schon ein Gast, Alter. Der hat ja schon Sagen. Der mochte sich ohne uns. Da bin ich fest davon überzeugt, Alter. Wo bin ich Nährstoffe jetzt gar nicht dabei? Der hat sich schon gefunden. Ja. Der kann jetzt schon Dobi allein killen, ne? Da oben ist die Ananas. Sieg's, hab ich gar nicht eingepackt. Wo ist denn jetzt so? Äh. Hallo. Wo ist denn die Nährstoffe? Da. Würden wir einpacken. So. Auf geht's. Jetzt gehen wir uns rein. Und auf geht's. Go, go, Power Ranger. Gehen wir, gehen wir. Nur nicht zufrieden. So. Sind wir nervös, oder? Hm? Er hat schon was gefunden. Er hat schon aufgeblitzt. Bling, 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 bling. Ja, ja. Bling, 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 bling. Braut nehmen wir nicht. Ach, denke. So. Dobi Fussbund suchen. So. Ja. Ich hoffe schon. Ja. Er rennt ja schon, der eine ist ja schon unterwegs. Ja. Der würde schnell machen anschein. Er kommt, glaube ich, schon nach oben. Ja. Oder zumindest der steht schon mal in der Nähe. Der gibt's schon gar. Ja, sehe ich schon gar nicht. Davids Mom wartet, um der Quest einzutreten. Wo ist er denn hin? Jetzt läuft er da oben. Oh wey. Das Clan-Fig kommt. Davids Mom, ne. Dann machen wir's, Alter. Gehen wir's ab. Okay. Jetzt haben wir jetzt zwei andere dabei. Die werden's schon weg. Ich hab schon ein Detchen gekriegt. Komisch, wie's komisch. Komisch, komisch. Hallo. Can you hear me? I come from India. I am the Styrian Hedgehog and I play Monster Hunter. World. World wide wide. World wide wide. World wide deep. Ja. Oh, der Jager hat. Jupa. Einen Schwanz. Juuuuhu. Zaka raka. Aieieiei. Zaka laka. Gehen wir. Und das Fusshuttle. Und da hinten ist Popshuttle. Und alles. Das ist den ganzen Unterleibhau da hinten, Alter. Du wirst ihn nie mehr fortpflanzen. Da wird er. Du nicht. So. Die haben wir hier außen rein. Du wirst keine Kinder zeigen. Nicht, wenn ich dabei bin. Oh. Du hab ich nur gehört. Das hat noch ein Zift. Du willst da weg? Ja. End die Hoden. End die Hoden. Da war was. Ich kann jetzt schon. Der Jager steht immer. Der Jager steht immer. Ich hab der Jager schon gefunden. Geil. Ja. 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 ein nassmaterial. Ah, nein. Boah, ich bin ja nur um Ausweichen. Nein. Ich muss mir die erste Hilfe verbraten. So, ich steppt. So. Was haben wir da? Einen Reißzahn habe ich gefunden. Super. Brauchst du? Ja, ich brauche zwei. Hoppala. Osiagra-Material. 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 Was den Dreck finde ich an die Schuppen von dem Schirm. Beeling da. Ja, läuft. Läuft fort, da ist er. Nein. Du bist eine Vetal-Lesbe. Du bist eine Vetal-Lesbe. Ja, eigentlich. Zu viel Schock, gell? Ja, ich bin voll schockig. Irgendwann ist er. Ja. Ja, jetzt ist sie kaputt. Ich glaube. Die Wespen. Ja, ja. Nein, nicht mal. Ich stehe jetzt schon wieder im Tief drinnen, Alter. Ich weiß nicht. Ja, wer tut denn das? Du musst das gelbe, blaue Zeug nehmen, oder? Ja, das ist ein bisschen. Ja, ich habe das gelbe. Ich darf das dann fahren. Ja, Gott sei Dank. Hat der Sumare-Desport nicht? Ja, deswegen habe ich die, ich habe da die Sinsen noch. Ja, die Wespen. aber ich komme gleich um mich zu mir, ich kann nicht helfen so, 2424, jetzt gebe ich was markiert, dann nehmen wir da eine Ampel aber er hat schon die Schwanzel hochgestört, jetzt kommt er er kommt schon, er kommt schon nachgelaufen zu Anja was hat er jetzt wieder im Maul, oder wein wenn das gut geht, gell da haben wir, was haben wir denn? komm auf das Sörterle der Puzzle da auch herum, ne da liegt was am Atem, warte Da ist ein Gift. Ja, da habe ich vorher schon gesagt. Jetzt muss ich mir da was einziehen. Ein bisschen Pause machen. Ist er schon fertig? Der Schwanz vom Anja. Wo? Da, bei mir hin. Okay, muss ich schauen. Schwanz. Schwanz im Glück. Vielleicht kriege ich noch einen Reißzahn. Das ist eine gewaltige. Nein, nur einen Schwanz habe ich bekommen. Auch weil der Tobi kommt. Der schaut schon hinten so komisch aus. Ja, ich gehe jetzt nach unten hoch. Ah, wo ich gehe und stehe. Da habe ich eine Spur gefunden. Bisspulver. Hui. Hui. Hui Liane. Hey. Mit B mache ich das jetzt. Hätte ich alles gesehen. Jetzt wächst er geschaut. Du musst da so viele Larven voll Gas. Ja. Mit Schwung. Mit Schmeckes. Ja, das schafft man auch nicht. Das ist zu weit. Flitzbeere. Das klingt das? Das sind die Taschenmuschies. Da werden sie hergestellt. Mhm. Die wachsen wie auf Bäume. David's Mom. Der ist hier Sturzer für ihn. Oh, weh. Du bist im Spul, Mama. Hui. Hast du das gesehen? Da. Aufi. Hopi. 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 Und jetzt kommt noch die Dings, ne? Naja. Der Vogel Strauss. Dobi Dobi. Dobi Dobi. Dobi Dobi. Ich könnte es versingen machen, dass alle drei dabei sind. Naja. Da gibt es ja so Arenakämpfe noch, ne? Naja. Ja, ja. Schau mal, wo sind denn das für so viele Fächer? Ja. Ich hau es mal mit dem Stein an. Warte mal. Kranken. Okay. Nein. Nein. Lass los. Nein. Ich will nicht davon fliegen. Ich fliege davon. Scheiße. Lass mich los. Wo zahlt denn der mich hin jetzt? Scheiße. Der Sochi hat schon greifen, der Wahnsinnige. Ja, ich habe so einen Flugtraum gehabt. Der hat mich empführt. Achso, ja. Das habe ich auch schon gehabt. Ja. Dann fliegst du mit ihm herum, gell? Ja. Probierst du steuern, aber kannst du irgendwie nicht zurück. Nein. Absteuern kannst du ja nicht. Ich bin gerade bei den Yaki. Ja, krass. So. Ihr macht das schon, ne? Ich komme noch, wann Dobi ist alles. Ja, jetzt gehen wir wieder zu Bienen auf mich da, Alter. Ja, genau. Spring zu mir runter. Ich wollte nur mal anschleifen, mein Feindl. Und mehr ist gar nicht gegangen. So. Ähm, ja. Okay. Dann mache ich es halt allein. Wo seid ihr denn? Ja, ich bin da unten, Alter. Ja, da ist er. So. Ich bin schon da. Ich wollte nur mal anwitzen, Alter. Ja, genau. Du dummes Drecks bist du gar nicht. Ja, stich noch einmal rein bei mir, he? Du kommst nicht zum Fetzen. Na, ehrlich. Ich muss nur ausschärfen. Ich muss aber auch, ne? Ja. Oh, weh. Jetzt kommt die Anya. Und ich habe keine Energie mehr. Ja, scheiß dich an. Das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Und dann noch einen Dobi noch machen. Nein, gratuliere. Aber sterben kann ich jetzt, oder? Ach ja. Wo ist denn? Hey. Ist er gefallen? Ja, wie ist er? Sehr gut. Ich habe ihn schon mal. Alter, ich habe ihn zerlegt. Jetzt gehe ich zum Schädel und füge mir meinen Reis zusammen, Alter. Ich will auch. Ich krieg beim Kopf Schuppen, Alter. Ich weiß nicht. Gib mir doch den depperten Zahn. Ja, endlich. Und erohren, bitte. 1, 2. Alter, ich weiß nicht. Jetzt kommt so ein kleines Scheißviech wieder von hinten ins Kreuz. Ich kriege alle Zustände da. Was ist denn da jetzt? Wo muss ich da hin? Ich sehe nichts mehr. Jetzt komm zu uns auf, wo ich bin. Ja, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ach so. Warte mal. Bist du da? Bist du da? Schau! Wo? Ach so, da? Ja. Da ist er. Okay. Super, jetzt sollte man immer ein Reis zusammen. Aber immerhin habe ich mal ein mehr. Ne. Nasenbein. Jetzt müssen wir ihn zum Tod. Nasenbein. Schau dich das an? Diese kleine Mistmuchen. Ich schwör. Pelz. Jetzt. Ich sag nicht, was für einen Pelz ich hab. So. Ich brauche da Insekten. Muss ich sammeln. Oh. Was sind denn da jetzt die Viecher? Ja. 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 Ich kann die Viecher nicht fangen mit dem Nates. Ich mach'n da. Ja. Der ist schon in der Nähe. Ja. Der wohnt da auch. Ja. Ja. Wo sinds denn? Ich kann nicht mal auf die Kurden schauen. Und dann schau. Ja. 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 Ja, der ist schon angeschlagen, schon schau mal, der ist schon gedient. Servus. Na, man gestört, jetzt hat man rauf ich geh'n. Oh, dein Schlaf ist richtig krach. Na, so. So. Mach das, mach das. Dobi fliegt schon wieder. Ja, ich fliegt schon, dann war sehr gut. Dobi schon wieder effektiert, super. Ja, ob ich ausgeweicht bin. So. So, das machen wir, betrinken wir noch. So. Guten Hachi rein. Ja, super, er schmeisst mir ganz durch, Ovi. Ich hab da einen Sekt gefunden. Ja, klar. Ja. Ja, sehr, jetzt kommt der Minno hoch, Ovi. Hat ja nix besseres zu tun, er ladet sich rauf an, O. Oh, komm, steck mich. Depperte. Da sind die anderen. Jungen. Trotz des. Du sind Sekten jung. Die Omenfliege. Ah, der Tobi. Ja, sauber. Immer schön nach dem Schädel. Mach mal. Ah, wei. Ist nicht ausgemacht. Ich hab mal aufpassen auf die Lämsenergie jetzt, oder? Wir dürfen nicht mehr sterben. Das ist das Problem. Ich kann da pritzen, schon. Das ist das Problem. Hier, war der schon verlungen. Hoppla. Jaaaa. Du Schweine, Alter. Scheiß dich. Der ist aber gut gegangen. Da war ja nichts Panzer alleine gewesen. Ja. Der ist gut gegangen jetzt. Ja. Aber da hinten hat er noch was gehabt. Rasiert haben wir ihn. Rasiert. Obikadashi-Klaue. Ein Pelz. Und Elektrode. Aha. Das ist auch so. Mit dem Brechen des Kopfes. Membran habe ich gekriegt. Wie der Pelz. Und da hinten ist noch was gelegen. Da bei mir. Und ein Pelz. Ein Klaue ist da noch. Achso ja, den kannst du dann genommen. Den kann ich mir noch einen nehmen. Okay. Der ist dann bei mir nicht mehr da. Ah, Honig. Der ist auch richtig. So. Hat er so abgeschlossen. Fortsetzen hat er auch nicht. Ich habe ein Stück Papier. Fortsetzen. Ja, ich habe nichts anderes getan. Ich weiß noch nicht. Ich brauche die Ananas noch. Nein. Ayy. Ehh. Neue Rekord Tobi. Schuppe, Belz, Schuppe, Wanz Ja bitte, schaut ja gut aus Gefallene Monstermaterialien gesammelt, immerhin Ich gehe mal in die Hütte rein, ich dann zahlt Abgelootet habe ich Ich gebe mal Sachen ab So Einlagern, Einlagern, Einlagern Einlagern So Ja nur die Frage ist, wo ist jetzt? Frank Ja mitgeschaut Ah der ist rausgegangen jetzt Ok Ja dann werde ich das sowieso jetzt noch aufhören Ich meine Ja Besser als ich jetzt ganz selber werde Also nachdem er fuhrt, muss ich aufhören Ja Ich gehe mal zurück Wo ist denn da Ich bin ja zurück Wo ist denn da Ich bin ja zurückkehrend Eieiei Weil Das war ja wirklich Ein wilder Rät Aber der Tobi ist schnell gegangen Und nicht auf einmal ne Ja ich glaube den hat der Anja Und der Und der Und der hat halt die schnellen Angriffe Der kommt mit denen wahrscheinlich besser gehen Mhm Rüstungskugeln habe ich wieder Zwei Drei 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 Stöcke habe ich gekriegt wieder Oh Da ist schon wieder gut gegangen Große Monster fangen Kleine Monster töten Das nehme ich mit Es gibt gute Punkte Schau Ich kann den da probieren Ein bisserl Weil da werde ich die Kleinigkeiten weg nach Guck wie wir ihn da jagen Was haben wir da noch Nein Da ist nichts besonderes für mich drin Jetzt schau ich jetzt wie der Schmiede noch schnell So wie das schon fertig machen Platz für die Ernte Keine Ahnung So was haben wir da Ja Der hat Zeit für Knochen Aber da reicht alles Tatsächlich Jetzt kann ich das Set Das ist schon Königskäfer Set Jetzt habe ich das auch Ah ok Wow Das ist nicht so schlecht Der Hirschkäferkopf Jaja das Set ist ja wirklich Verteidigung Das ist ja gerne einmal besser Als das Anja Mhm Du brauchst ja sagen Drachen Niederz Naja Oralenkristall Das habe ich noch gar nicht Erdkristall habe ich da weiss wieder Oh Eben Ernteplatz habe ich mehr gekriegt Jetzt Weil die Dings Die Unterzeltlager Da sind ja Außenposten Gemacht hab alle Monsterfluid Alter Strombeutel Lehmbeutel Dann ist wieder ein Dings Jauchen mit 4 Dann kommen wieder mehr Käfer Aber das schaut wirklich wild aus Ich meine eigentlich schaut es scheiße aus Naja Im Angesogen denkst du schon ne Aber das Schwert passt halt dazu Ne Was ich hoffe Ich weiss nicht So Malachite hat glaube ich genug Was soll ich herstellen? Naja Naja Mal schauen Vielleicht will ich was verbessern Ja Diernschen Ja Ja Aber der Hirschkäfer Dings Da Der Königskopf Ne Der ist nicht schlecht Da steht nämlich Unverwundbarkeit Ne Stufe 1 Ich weiss nicht was das ist Das ist halt die Frage was das heißt Ich check das ja nicht Das Es Du kannst das auch nicht Irgendwie durch Fähigkeit Irgendwo Ah da steht es Unverwundbar Du bist beim Ausweichen länger unverwundbar Okay Und dann wenn du jetzt die Stufe erhöht Dann erhöht den Unverwundbarkeitszeitraum In geringem Maße Aha Erhöht den Okay das erhöht den Unverwundbarkeitszeitraum Deswegen vermute ich ja dass die Sets Gewisse Dinge haben Du wirst halt zum Beispiel brauchen Genau So wie bei den annäherten Macht Heißt das Ja Dann kriegst du dann reduziert die Ausdauerabnahme vorübergehend Wenn die Gesundheit bei 40% oder weniger liegt Ich weiß noch nicht Irgendwas Was wirst du Feuerangriff Zum Beispiel auf Stufe 1 Das Boost 30 Schamus-Set Sind das schon wieder Okay nix Marathonläufer Okay Hochmetall-Set Hast du das auch schon? Spezial-Munitions-Boost Aha Aha Das ist zum Beispiel Okay das Anyanat-Set wäre vielleicht sogar recht gut für Oder zumindest die Handschuhe wären gut für die Bogenschützen Oder spätere was hier für Bogenschützen Spezial-Munitions-Boost Dann wieder Feuerwiderstand Feuerangriff Ja Das verstärkt extra Chancen Was ja Da musst du dann halt schauen Was für einen am besten passt Arsch Da habe ich jetzt hier drinnen Das ist sehr viel Arsch Und ein Endtun Marathonläufer Botaniker Zum Sammeln Ist halt schwer zu sagen Was da für ein Set Konzession ist ja Dings ne Für Lebensleben Ne Das wird für Dings sein Für Leute die schnellere Angriffe machen Verringert den Ausdauerverbrauch Lass wegstecken Das ist auch nicht schlecht Verringert dass du im Sprung durch Angriffe zurückgeworfen wirst Erhöht die Ausweichsdistanz Überraschungsangriff halt ja Donnerangriff verbessert die Grafen Oh ja ist egal Donnerwiderstand Schlafwiderstand 1 Aber ich weiß nicht wie das Schlafen oder das Anschreien da Das check ich nicht Weil ich habe jetzt eine Ohrenstöpsel Stofe 1 drin gehabt Aber bin trotzdem nicht Ja Hier ist der Punkt Ich glaube ich werde mir jetzt Dings nehmen Konzession Das ist wahrscheinlich Dings ne Äh äh Lehm Höher ne Das werden wir jetzt schmieden So Ausrüsten Kannst du gleich vorbei sein und so Na So Ausgerüstet Da müssen wir gleich mal 3 Punkte reinführen Okay das mit der Rückskugel plus 2 ist ja wirklich geil Ja du glaub brauchst ne Armleine tun nachher noch Ja dann geht der Pool hoch Aber das fällt dann schon auf Maximum Mhm Das geht jetzt schnell jetzt einmal Das geht jetzt schnell jetzt einmal So Schauen wir mal noch ein Winkel an Vielleicht gibt es da wo es nix Ja Mh 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 Was ist denn da los? Nja. Hast du den Robi ja noch nicht zu machen? Nja. Oh, kann ich den Kleinen ausrüsten? Wo ist denn das? Steht denn das? Ne? Hm. Ist da irgendwie ein Boot eigentlich? Also, Futter neben Klafen. Oh, ausrüstung. Der rote Häusen. Mach ihm, Käfer, seht er. So. Schaut er lächerlich aus. Ausrüstung ändern. Okay, das kannst du im Haus machen. Ja, das kannst du bei der Schmiede machen. Nein, das ist bei mir gestanden. Ausrüstung ändern, ganz oben. Wo ist denn das jetzt gewesen? Für mich schaut es ja nicht so blöd aus, die Ausrüstung. So ist besser als das vorherige. Nein. Da müsste man wirklich schauen, was sich wirklich für welche Klasse bringt. Ich glaube, dass das wirklich einen Unterschied macht. Weil ich denke schon, dass das irgendwie was für einen Sinn hat.